Heute wird die Heizung geputzt. Eine saubere Heizung ist effektiver und heizbesser. Und deswegen teste ich heute zwei Methoden, um die Heizkörper gründlich zu reinigen. Mit einem Föhn und einem Staubwedel. Ihhh, ganz schön staubig. Starten wir mit Reinigungsmethoden Nummer 1, dem Föhn. Dafür müsst ihr einfach nur den Föhn am Heizungsgitter einsetzen und einschalten. Der Staub wird dann unten aus der Heizung gepustet und kann danach dann ganz einfach mit dem Staubsauger eingesaugt werden. Und jetzt teste ich Reinigungsmethode Nummer 2, den Staubwedel. Also oben klappt das gut, aber ich komme nicht bis nach ganz unten. Daher muss ich hier eine Verlängerung basteln. Und den Staubwedel kann ich ja ganz einfach auf dem Balkon ausklopfen oder mit dem Staubsauger absaugen. Kommen wir nur zum Fazit. Also mit dem Staubwedel kommt man, wenn man eine Verlängerung baut, auch bis nach ganz unten. Aber bedeutet natürlich auch ein bisschen mehr Aufwand. Mit dem Föhn geht es eindeutig am einfachsten und auch am effizientesten. Man darf aber nicht vergessen, die Heizung auch mit dem Lacken von außen zu reinigen, weil das ist für die Heizleistung genauso wichtig. Wieso das so wichtig ist, weil Schwarz eine leicht eingeschraubte Heizung bis zu 30% verminderte Heizleistung haben kann. Lasst eure Putzhandschuhe ruhig an, denn...